einen wunderschönen guten tag willkommen zurück bei contract will ja du mit deiner haltung ist auch nicht schön wenn man hier sieht du vorgebeugten ja weiß ich nicht so leute ihr seht ja wir haben haupt ziel noch zu erledigen ja und zwar müssen wir eine frisur schneiden lassen und dann den ersten logistik der haut mich ständig so wir machen aber erst man die legen ist intelligenz ist fröhlich so wir gucken nicht stoppt aber der falsche so wir gucken einmal verträge müssen wir schauen und liefere 12 bis 15 frachten an den ziel und motorworks industrie mechanik innovation und wenn wir das persönliche auto dann kriegen wir noch geld oben drauf muss aber haben die haben da schon großen lkw wie ihr seht muss das anklicken wir könnten unseren einzelnen so nicht immer akzeptieren er soll man das persönliche auto nehmen ich warte mal warte mal warte mal warte warte ich habe das jetzt angeklickt dann kriegst du 3700 ja warte mal ich wollte mal eben motorworks industrie wo das ist vor das mal für karte gucken dass hier irgendwo erkennen kann motorworks industrie karte garantiert in der stadt sein wie ich fest von überzeugt ist nur möbel häuskes motorworks wir haben dann noch gar nicht gefunden jetzt sind fortgeschrittene fabrik das unser wagen ja wir können das ja mal machen dann seht er hat ja auch und wir sehen das dann auch ich kann das ja mal auswählen und dann schauen wir mal motorworks moment da haben wir doch moment stopp man die zeit für beginnt ja erst wenn was aufgeladen haben ja ja glaub schon sollen wir den persönlichen kriegen wir 12 bis 15 sachen da drauf ja das heißt ja 12 bis 15 frachten das heißt ja nicht für das heißt also immer hin und her fahren das kann sein dass es eine fracht vielleicht sechs kisten also sind ich weiß es nicht was mal auf ich hab's noch nicht gemacht wie wie ruft man doch mal sein tablet auf ich hab's wieder vergessen mit ab mit ab nee das ist falsch ich hab nicht du hast ein tablet in der hand und da haben wir verträge soll ich mal ja dann sagt doch was nehmt doch einfach mal an macht doch mal vielleicht muss ich das ja auch an mit eigenem lkw ja mir scheißegal ist ja eigentlich schnell wir probieren das mal habe ich an das akzeptiert okay dann fahren sie ja rote zum startpunkt finden da ist die ok dann los wird mir nicht angezeigt die route warum ist das licht an los waren sie los und die zeit läuft ja noch nicht das läuft ja erst wenn es aufgeladen wird genau darf ich darf ich hier so wo wir das jetzt angezeigt bei mir dann wird mir angezeigt habe ich fahr mal so ja das ist ein verbotener weise freunde aber ihr wisst ja es ist nur da muss ich das akzeptieren bis anzeigen zehn minuten gibt 3750 na ja ich wechsel mal hier die schade dass sie mir nicht angezeigt wird wo wir dahin müssen ein bisschen doof aber ja ich hoffe wir kriegen die 15 gisten hier drauf glaube ich nicht du brauchst dich jetzt noch gar nicht bald die zeitleiter bei mich ja nicht aber ich will ja auch den leuten das zeigen können und ich hätte eine hälfte auf einmal sagen müssen leute hier sind das beim nächsten mal deshalb möchte ich das schon hallo unter oder guter mako wie ja meine güte alter driver bursche und ja ich verstehe drei war bursche irgendwie ist mein sound so leise ich weiß auch nicht warum ich dachte immer zum schmalz in den ohren würde ich sagen ich müsste mal rausholen ergeben sich ganz neue möglichkeiten können froh sein dass ich ihnen jetzt werden der fahrt die alle klatschen können beim letzten mal bei mir gereinigt habe man da kam ja eine wurst raus das will mal wenn ihr gerade am nächsten seite viel spaß es kommt nicht von mir ich will ja nicht erwähnen dass das eventuell die klimaanlage ich will ja nicht erwähnen dass das eventuell spinneneier waren die sie noch so was geht auch schickt er mich denn hier ist ja fahr doch einfach so wie du meins ich sehe das doch nicht wo das ist hier ist es hier ist motor works hier soll er hin da ok so da könnte klappen so warten so bleibt stehen bleibt im auto sitzen ich lade dann auf ich helfe dabei oder die zeit läuft nämlich schon ich helfe ja warte erst mal die großen ja sind ja nur groß ach ne da sind noch kleine dabei könnte knapp werden ach das klappt alles groß hier das schaffen wir zwölf ja sieht gut aus ey warum hab ich jetzt die schaufel denn da was soll denn das mann da ist doch nichts anzufangen wenn ich mal mein paket aus der hand alter nimmst du das paket alter ab geht's los los moment ich will ja rein ja komm ich komm nicht rein wieso kommst nicht rein wieso kommst nicht rein ich komm nicht ins auto hab ich noch ein karton in der hand warte ich muss einmal gucken verträge haupt ziel nein haupt ziel ich komm nicht rein ins auto ja warten sie mission da rote zum endpunkt ja die rote wird mir angezeigt dann fahr ich wie die warum wie fallen lassen was soll ich ja warum warum geht das wohl nicht ja warum nicht ja warum wohl nicht warte weiß ich nicht warum du weil ich sie erstmal nö die sind wir sind geschäftsführung sie dürfen einsteigen ok komm fahr ja dann machen wir auf die ich komme ja nicht rein doch jetzt kann ich soll jetzt war los ja falsche taste gewöhnlich ist zu warm nein dort nicht aber nicht nur ein paket ja warte warte auch deswegen ging es nicht weiter warte warte hat er noch ein paket in der hand ja deswegen könnte ich wohl nicht einstellen ja super so hau ab jetzt hau ab jetzt hau ab jetzt gib gas ja ja ist das denn zu schaffen weiß ich nicht ich sehe das nicht hauptsache wir müssen nicht wieder den den brieftasten suchen den müssen wir suchen müssen Freunde ruckelt ein bisschen wenn ich bei dem spiel noch nicht hätte aber es ist ja auch warm im Moment das ist sehr warm aber es ruckelt richtig seht ihr ne könnt ihr eigentlich auch eine Aufnahme sehen wie das am ruckelt ja eigentlich ruckelt so ein bisschen ne aber wir gucken mal auf der Karte wo wir dahin müssen ach der ist gar nicht weit du musst diesen Bogen leider fahren andere Möglichkeiten gibt es nicht es sei denn du fährst querverlein ich sag dir wo er lang muss links bleib doch mal locker ich hab doch eine Route jetzt bringe mich hier nicht durcheinander ich mach das so wieder mir anzahl ja ist aber falsch ja klar hören wir gleich einfach zu ja du weißt doch gar nicht ob die Straßen doch ich sehe das ja im Tunnel gehen oder so nein da gibt es kein Tunnel du fährst jetzt geradeaus weiter du biest nicht ab geradeaus weiter äh geradeaus weiter und dann links so dann bitte die Route angezeigt man 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 den Briefkasten suchen merkt ich ja jetzt ruckelt aber es ruckelt aber hier sehr 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 ja ja ich weiß aber du warst auch schon mal ein waffern wir wollen wir wollen wir wollen hier wollen ach was ja sicher das ist auch der briefkasten alter ich aber auch muss da näher dran bist du denn auch ein swifty ich mache fertig ja ich muss auffällig mal zeit interaktion fertigstellen jawohl bitteschön so kohle aber gekriegt das kontakt jawohl und wir haben eigentlich unseren ersten logistikausprach abgeschlossen aber wir müssen so ein haare schneiden lassen ok wo ist in ihren friseur wie da ich habe schon eingefunden friseur stufe zwei bleiben sie mal wo ist denn hier im friseur da werden stufe zwei ist egal wir nehmen einfach mal gefahren aber wir fahren mal zum friseur aber immer noch ja ich weiß ich weiß ich weiß auch nicht warum aber vielleicht müssen wir doch so in der reihenfolge aber ist ja quatsch wahrscheinlich ist es dass wir die route so fahren wie sie uns vorgegeben ist dass wir dann ja spritsparen da fahren verstehen weil ich denke mal wenn sie sollen die grüne ich nehme so wie gerade gleich jetzt doch ja ich lustig sie haben wir fahren sie denn ja ich verstehe ich habe auch manchmal morgens habe ich auch mal flotten ja das sind aber ein anderer flotter ein flotter willi haben einen flotten willi hat aber wir haben ja level 3 deswegen ist das ja in ordnung haben sie kontaktanforderung ich habe einen sender im auto installiert also gustav hat mir den gegeben karl gustav ja der arbeitet doch bei der behörde die einsatzfahrzeuge die kinder freie fahrten nur jahrzeuge klappt ja ich habe jetzt auch nicht ausgemacht weil da standen polizei waren jetzt kann ich auch nicht da steht als zivile polizei das ein einsatz verdreckten er mir ist der friseur bleibt da gestehen ich hätte gerne eine für die suhr jetzt mache ich mir eine frisur darauf kann sich aber nicht so wie dann aber bitte nicht so was wie kann ich ja ich möchte gerne frisiert werden aber ich glaube hier wird nichts frisiert bei dem nicht bei dem nicht also müssen wir einen anderen nehmen aber doch wir können hier so frisur ändern ich habe meine ich habe meine frisur gefunden ich mag meine frisur machen wir das so oder die frisur ist geil die will ich ja ich glaube so lasse ich das ein teilziel abgeschlossen alles fertig alles fertig es fehlt nur noch das kopf ist okay habe ich auch ich drücke die zum abschließen vollständiges kapitel jawohl alles erledigt so das nächste wäre ein gebäude abreißen da haben wir auch einen vertrag für ja du bist aufgestimmt du hast neue fertigkeitenpunkte warte gucken wir mal auf der suche warte mal seien sie mal ruhig da haben sie doch mal den mund ich habe fertigkeitenpunkte gekriegt basisfertigkeiten zwei punkte fertigkeiten ja da kann ich upgrade leistung geschwindigkeit kunsthandwerk werkzeugkenntnisse da kann ich auch so na wofür bräuchte denn ich glaube ich nur mal die kraft ja mich jetzt erhöht geschwindigkeit wo hast du ja so da die hoch kann ich auch erhöhen und ich kann noch einen erhöhen geschwindigkeit kunsthandwerk okay ich habe alles eingesetzt so verträge es gibt wieder 32 bis 40 frachten können wir machen ich habe jetzt liefere 32 bis 40 frachten an den zielort verträge ja aber wir müssen ja so eine abreißmission machen müssen wir nicht unbedingt die kannst du machen auch eine reinigung aber ich würde mal sagen du nimmst das einfach so so nimmst es auch mal schnell gemacht schnell gemacht für 14.000 ja dann machen wir dann akzeptiert das bitte ja okay dann fahren sie mich dahin ihr kommt noch mit leute und beim nächsten mal seht ihr wie wir da rumsäubern und so da haben wir ja auch schon kauf ein neues fahrzeug das haben wir auch schon gemacht und jetzt trifft den riss in einer wand zerstöre eine mauer reiße ein gebäude vollständig ab ja das sind diese diese ganzen punkte da haben wir aber auch eine e mail gekriegt hatte ich gesehen da ist glaube ich alles drin aber wir machen jetzt erstmal nur ein fenster putz mission was das hauptziel angenommen nein 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 das hauptziel ist komplett das müssen wir alles machen aber das was wir jetzt machen ist nur fenster putzen ja moment da ist ja was anrückt das ist ja ganz weit anders wir gehen fenster putzen sein so ruhig wir gehen fenster putzen ja das wird mir aber nicht angezeigt ja dann ist das ihr problem sie putz teufel ne ne das problem ist einfach dass ich dann das nicht machen kann das ist das problem ich kann es ja nicht mitmachen weil ich ja die ich sehe was ich machen muss jetzt holt er wieder rum merkt er halt doch die fresse ey trinken sie mal einen schluck wasser warte mal ab wenn ich gleich aussteigt ist das meine geklatscht das ist ein schläger oder das ist das erste kriegst du erst mal direkt einer rein ja ja sie schnappen sich gleich ihren mob und fangen an mit dem fenster zu putzen da können sie ihre ganze energie dran auslassen so wenn mir das angezeigt wird es wird mir was angesangelt sein aber du fährst ja sie müssen die mission auch erst mal auswählen wieso hast du das schon gemacht nein sie müssen doch immer in ihrem ding ich muss gar nicht wenn du annimmst hab ich die schon laber nicht rum doch mal in deinem inventar da in dem in dem brauch ich nicht doch hast du doch immer angemacht nein das ist akzeptiert schon akzeptiert ist ich brauche eine reinigung ist akzeptiert da brauche ich nichts machen so müssen wir denn jetzt hier rauf ja du musst doch mal da ist doch schon das da jaha ach du scheiße ach ach du scheiße ich glaube wir gucken uns das ganze theater ich schaue mal eben kurz ob ich da schon was machen kann ich gehe aber erst mal nach innen und gucke mir das von innen window cleaning ne da kann man nur von innen machen ach du scheiße wenn es da müssen zehn fenster müssen wir wissen also nicht naja nicht alle zwei drei ich fange oben anfangen sie unten an dann gehe ich nach oben ja gut wir wissen wir doch schon mal wenn oben auch dreckig ist oben ist sauber ok hier ist auch alles sauber hier brauche ich nichts machen wir wischen und wischen und wischen den ganzen wie viel fenster müssen wir denn machen ein stück das ist doch nur unten dann wahrscheinlich ich komme mal runter wo sind sie die wischen da erstes fenster ist fertig hier ist sauber ok mit den folgen ist ein bisschen doof gemacht ich gucke hier nochmal ja ich fange hier drin an hüpf entschuldigung dass ich über die dinger gesprungen bin window cleaning und bitte bitte seid nicht so hart zu mir ne ja letztes mal habt ihr gesagt ich kann dann mit dem streichen so wird man nie streichen habt ihr gesagt ja ich habe das mitgekriegt ne und zu herzen genommen aber ihr seht selber das ist hier ein bisschen das schliggelt hier so ein bisschen also seid nicht so hart zu mir ne weil ich hier nicht so genau in die ecken gehe ne ich gebe mir mühe ach so ich habe hier schon ein bisschen beschleunigung das tut sie nicht die gibt sich keine mühe hat sie noch nie gemacht nein letztes mal haben die gesagt ja so wird man ja auch nicht streichen und so so ticci taci da so einfach an die wand knallen so ein paar streifen so ja ja die haben ja recht ja muss ich mich dann rechtfertigen ja so ach so was ich noch sagen wollte wenn ihr glück habt könnt ihr die rockleder auf der gamescom sehen was die ist äh der verarscht euch wieder hört auf hör auf die ist auf der gamescom auf der showbühne ja 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 glaubt kein wort glaubt kein wort das ist eine reine verarschung jetzt sagen sie das auch das stimmt überhaupt nicht doch das stimmt nein das stimmt nicht so nix gamescom doch die ist da nein nein sie träumt da immer von aber wir sind woanders genau das stimmt wir sind woanders ja wir sind woanders aber das verraten wir nicht so ähm ich bin fertig ich bin hier hinten noch ja im zimmer am putzen aber ihr bleibt dabei leute auf jeden fall ja ist ja nicht mehr viel wie viel haben wir jetzt sechs stück haben wir schon okay ihr habt mir richtig mühe seht ihr das wie schön ich das so das zimmer hier ist fertig oh diese vorhänger die gehen mir echt auf ja dann gehst du halt ein bisschen zur seite und gehst dann halt dazwischen ne ach so stellst dich halt ein bisschen seitlich hin und machst dann fertig ach so ja boah das geht ja hier flubdi wuppdi kann nicht so schwer sein diese klugscheißer sprüche ne diese ja dann stellen sie sich doch eine seite hin und dann machen sie es so und so und so naja sicher mhm fertig ja fertig ähm auftrage nötig irgendwo zum briefkasten ne ja wo ist der briefkasten briefkasten wo bist du wieso eigentlich briefkasten wo steht das ey 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 Junge was machst du hier was denn für ein briefkasten gott der ist doch gar kein briefkasten allgemeiner fortschritt okay dann war einfach abgeschlossen normalerweise ist immer ein briefkasten wo wir das abschließen müssen oder müssen wir es auf dem tablet abschließen purchases warte mal fenster moment hier ist noch mehr gaming fenster wir haben grade mal das wohnzimmer � Ja, wir müssen weitermachen. Ja, ja. Wir sind noch nicht fertig, Leute. Ich sehe hier gar nichts. Kannst du noch mal Licht anmachen hier? Ich sehe nichts. Demingzimmer. Ich mache mal Licht hier an. Hier muss ja auch irgendwo Licht sein. Dann gehe ich mal hier gucken, was hier los ist. Zack. Ah, hier muss sauber gemacht werden. Auch Fenster? Ja, okay. Dann bin ich woanders. Na gut, dann mache ich hier mal weiter. Geh mal nach oben drüben. Ihr bleibt auf jeden Fall dabei, Leute. Ach du Scheiße, hier sind auch noch Zimmer. Oh ja, hier geht es weiter. Naja, weiß ich nicht. Wollen Sie sich wirklich so lange festhalten? Das dauert dann doch ein bisschen. Das sind alle Räume, die wir da haben. Natürlich nicht. Also Leute, ich will immer sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir melden uns wieder, wenn wir kurz vor dem letzten Fenster sind. So sieht es aus. Also macht es gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020